Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es nochmal ein letztes Mal um Assembler-Befehle. Und wir wollen uns heute die Shift-Befehle angucken. Die werdet ihr häufig für Optimierung von Code brauchen, weil sie zum Beispiel ein Mal 2 ersetzen können. Oder ein Mal 4 oder irgendein Mal und dann irgendeine Zweierpotenz. Und das ist halt sehr, sehr geil, weil Shift-Operationen können in einem Zyklus ausgeführt werden, dann war es das. Während Multiplikationen können teilweise schwieriger sein und sogar Additionen können schwieriger sein. Das heißt, Shift ist eigentlich super billig. Und wenn ihr irgendwie optimieren wollt, dann ist es gar nicht so verkehrt, sich das alles anzueignen. So, wir wollen uns mal, also hier ist jetzt aktuell 0 in unserem Register drin. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen einfach mal ein, machen wir mal hier eine Dollar 1 in Prozent ESI rein. Dann wissen wir, das ist eigentlich 0,0,0 bis 0,0,0 und am Ende steht eine 1. Das steht in ESI drin. So, und was wir jetzt machen, ist, wir shiften. Wir shiften also, indem wir zum Beispiel sagen, hey, wir wollen, also am Ende müssen wir nochmal 1 abziehen, weil wir müssen ja wieder auf 0 rauskommen. Ich versuche das immer so zu machen, dass wir ja trotzdem am Ende noch einen Code drin haben. So, wenn wir das jetzt so machen, dann sind wir ja am Ende wieder bei 0, oder? Wir haben 1 reingeschoben, wir haben 1 abgezogen, also sind wir bei 0. Sind wir uns einig. So, und wenn ich das jetzt hier shifte, sprich, ich bewege sozusagen das Ding hier, also diese 1, ein bisschen nach links. Das sieht folgendermaßen aus. Ich möchte shiften, deswegen SH. Ich möchte nach links shiften, deswegen L. Und ich möchte ein langes Wort shiften, sozusagen, also ein Long shiften, und zwar um Dollar, ups, Dollar 1, also eine Stelle in Prozent ESI. So, was das jetzt macht, ist, wir haben hier 0,0 und das bleibt auch soweit. Aber die 1, die wir jetzt haben, die steht eine Stelle vorher und hinten kommt nochmal eine 0 rein. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ist, wenn wir jetzt binär denken, dann steht hier ja nicht mehr 1, sondern eigentlich steht hier 2. Und jetzt muss ich also 2 hier abziehen, um das quasi zu machen. Ich habe quasi mal 2 gerechnet, okay? So, wir führen das Ganze jetzt hier mal aus. Wir kompilieren erstmal, dann sagen wir no pi und dann führen wir es aus. Und wir sehen, es hat funktioniert. Wenn ich das Ganze jetzt um 2 Stellen verschiebe, also um 0 Stellen verschieben, wäre quasi, es passiert nichts. Um eine Stelle verschieben, wäre mal 2. Um zwei Stellen verschieben, naja, was ist das wohl? Dann habe ich die 1, noch eins weiter hinten. Ups. Dann haben wir hier, das wäre 1, wenn hier die 1 stehen würde, hier wäre 2, hier wäre 4. Und dann kommt schon irgendwie 8 und dann 16, 32 und so weiter. Das heißt, ich muss mir jetzt hier 4 abziehen, damit das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich natürlich das Ganze wieder kompilieren, kann es ausführen, um euch zu zeigen, dass ich auch recht habe. Und steht wieder 3 da. Das heißt, wir haben hier jetzt offensichtlich gerade 4 drauf addiert. Während wenn ich jetzt hier eben noch mehr Stellen machen würde, immer die 2er Potenz. Das heißt, hier rechne ich quasi mal 2 hoch die Zahl. Das heißt, in unserem Fall mal 2 hoch 2, was 4 wäre. Und 1 mal 4 ist bekanntlich 4. Wenn ich jetzt hier allerdings eine 2 reinstecke, dann ist die 1 schon am Anfang hier. Ups. Und das Shiften um 2 würde die 1 hierher befördern. Das heißt, ich bin jetzt sogar bei 8. Okay. Also quasi das, was wir vorher in Easy drin hatten, mal 2 hoch die Zahl, die hier steht. Okay. Das dürfte eigentlich einigermaßen klar sein jetzt. Wenn wir jetzt hier 8 abziehen, dann sollten wir da auch wieder reinkommen. Und warten einfach mal kurz. Ja. Und es hat offensichtlich geklappt. Am Ende kommt hier also wieder 0 raus. Gut. So. Jetzt kann ich aber auch in die andere Richtung shiften. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier 3 shifte, sind wir hier offensichtlich bei 16. Das heißt, ja, schon ganz schön weit weg. Also quasi nicht mal mehr im ersten hexadezimalen Block. Wenn ich jetzt allerdings wieder in die andere Richtung shiften möchte, dann kann ich das mit Shift-Right machen. Shift-Right. Aber ich muss trotzdem angeben, also das SH steht für Shift. Das R steht für die Richtung, in die ich shiften möchte. Also stellt euch quasi wirklich diese Zahlen hier vor. Ich möchte nach rechts shiften in unserem Fall, weil ich die 1 hier wieder eine Stelle weiter nach da haben möchte. In unserem Fall ist das jetzt hier sogar so eine 1. Also quasi so. Weil wir hier um 3 Stellen verschoben hatten. Wir hatten es davor hier. Und jetzt muss ich aber trotzdem noch angeben, was für eine Zahl ich hier quasi shiften möchte. Also was für eine Art. Und deswegen auch wieder die Long-Zahl angeben. Das ist immer ganz wichtig. Also ihr müsst hier quasi 3 Sachen angeben. Ihr müsst angeben, was ihr machen wollt. Ihr müsst angeben, welche Richtung. Und ihr müsst angeben, welche Wortart. Also in dem Fall ein Double-Word. Okay. Und wir wollen nur um eine Stelle shiften. Wobei, nee, wir shiften um zwei Stellen. Ich zeige es euch einfach gerade kurz. Prozent easy. So. Und was dann passiert ist, ich shifte. Also das wäre 0 Stellen geschifftet. Das wäre eine Stelle geschifftet, wenn da die 1 stehen würde. Und hier wäre dann zwei Stellen geschifftet. Das heißt, ich habe 0, 1, 0, 0. Also im Endeffekt shifte ich erst dreimal nach links. Das heißt, ich mache mal 8 das Ganze. Also 2 mal 8 ist 16. Und dann teile ich wieder, weil ich in die andere Richtung shifte, durch 2 hoch 2. Also durch 4. Das heißt, ich teile 16 durch 4. Was wiederum 4 ist. Und das, wenn wir uns das mal binär angucken, ist eigentlich relativ einleuchtend. Wenn hier die 1 stehen würde, hätten wir 1. Wenn hier die 1 stehen würde, hätten wir 2. Und wenn hier die 1 steht, haben wir eben 4. Das heißt, wir sind jetzt hier bei 4 angelangt durch unser Shiften. Und ja, das heißt, wir müssen auch 4 abziehen, damit wir wieder bei 0 sind. Und damit die andere Mathematik unten drunter weiterläuft. Und dann kommt am Ende wieder 3 ausgegeben. Was durch diese ganze Berechnung hier ist. Es sieht kompliziert aus, als es ist. Wir haben das jetzt in sehr vielen Videos aufgebaut. Keine Sorge. Gut, das heißt, so funktioniert Shiften. Und damit könnt ihr wirklich Performance sparen, wenn ihr damit effizient arbeitet. Also wenn ihr irgendwie mal mal 2 macht, lasst das, macht ein Shift. Das ist viel schneller. Wenn ihr durch 2 macht, lasst das, macht ein Shift. Viel schneller. Und geht natürlich auch, wenn ich hier jetzt zum Beispiel 1, 1 stehen habe, dann shifte ich einfach beide Einser nach links. Und habe dann hier am Ende eben sowas stehen. Während natürlich die andere Richtung genauso. Also wenn ich jetzt hier 2 Einser stehen habe, dann shifte ich die natürlich auch beide in die rechte Richtung. Also es wird einfach quasi nach rechts oder nach links verschoben. Cool. Ja, und das ist es eigentlich auch erstmal mit unserem Crashkurs in Assembler. Damit sind wir jetzt in der Lage erstmal Assembler zu lesen. Und genau das wollen wir jetzt im nächsten Video auch noch ein bisschen tun, damit wir ein bisschen Übung kriegen. Und uns vielleicht dieses komische Zeugs, was hier steht CFE Startprog. Ich meine, keine Ahnung, was das ist. Oder ich weiß es schon, aber ihr wisst es noch nicht. Und so Zeug hier, das kennen wir noch nicht. Und das wollen wir uns vielleicht noch angucken. Aber die anderen Sachen, die sollten wir jetzt mittlerweile kennen. Zumindest ganz grob. Und ja, das schauen wir uns dann an. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.